hallo ist es soweit ich bin hier im Campanile Hotel beim Disneyland Luce Fabrice das ehemalige Curiat ist sein neuer Name und wir stehen jetzt hier beziehungsweise hier vor einem Plakat weil ich euch jetzt mitnehmen möchte zum Abendbuffet also seid gespannt wollen wir mal schauen was es gibt bis gleich so 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.